So, da wären wir wieder beim Mass Effect 2. Wir sind hier noch im Gefängnis und wir sollten hier noch Leute rekrutieren. Aber das sieht mir extrem nach Eclipse aus. Wir bewegen uns mal langsam vorwärts. Mal gucken, Gefängniswärter. Der Herr. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Nein. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Kyrrell. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Ist mir egal. Ich behalte meine Waffen. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurecht zu kommen. Wir holen Jack aus der Kryon. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige, modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luft Schleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Untersuchen. Jack. Wer ist Jack? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Mission einfach mal gestartet. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Okay. Was ist mit ihm? Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Perlagan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Es geht also ums Prinzip. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Alles klar. Kosten. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Und wenn sie nicht zahlen? Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genaue Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpassung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht im Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute. Und ich halte sie unter Verschluss. Alles klar. Gut. Das war alles. Weiter gehen. Machen wir weiter. Gab es hier schon Fluchtversuche? Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin und das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach in den Verhörzimmern und im Supermax-Flügel vorbei. Ich stosse später zu Ihnen. Shepard. Ich traue ihm keinen Meter. Ich traue ihm sowas von gar nicht. Gefängniswärter. Muss das sein? Kann ich etwas für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage im Vergleich mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das ist unter Ihrer Hürde. Das erniedrigt Sie ebenso wie Ihnen. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Okay. Hey, hey Leute hier drüben! Darf ich eine Frage stellen? Wenn du so fragst, schon. Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wäre es dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Sobald Jack mit kommt, kommt nicht, ja? Gefangene kaufen. Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen. Wenn Sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Okay. Verhör. Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein. Das ist Bimi. Der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimis Haut möchte ich jetzt nichts stecken. Hören Sie rechtzeitig hier auf? Sie nehmen ihn ziemlich hart ran. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt es ein Rotationsverfahren. Alles klar. Untersuchen. Ihre Verbrechen. Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt, aber nur 20 oder so. Und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleinigkeiten im Vergleich zu den meisten anderen hier. Okay. Leben an Bord. Wie ist das hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt. Irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem... Stolz. Okay. Ich habe seit drei Monaten nicht mehr geduscht. Warum wohl? Achso. Was ist mit Jack? Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben. Gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Gut. Auf Wiedersehen. Danke für die Auskunft. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Das glaube ich dir aufs Wort. Der hat nichts im Sagen. Ich suche schon die Schreie in meinem Kopf. Okay. Das hier ist eigentlich Menschenhandel. Was geht's? Wo geht's hier hin? Gefängniswärter. Reden. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Ihr Paket wird ein Anschluss des Kuhs auf der Haus dort hingefahren. Das hier ist eine moderne Art Menschenhandel. Das ist, ich meine... Das ist Sklavenhandel hier. Einfach mit Gefangenen. Zur Entlassung durch die Tür. Auf der anderen Seite des Raums. Warum wissen hier alle Bescheid? Putsch. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller als als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Und der Dienst an der Galaxie. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. Ich wusste, da ist was schief. Äh, da läuft was schief. Also, Moment kurz. Ich muss ein paar Dinge einstellen. Nein, ich will es nicht benutzen. Ich würde es gerne... Genau. RW zuweisen. Kann ich das eigentlich auch zuweisen? Brauche ich gar nicht. Aber ich könnte. Nicht? Cool. Und das? Ja. Das war der falsche Knopf. Gut. Dann kurz die Baffe wechseln, ja? Ja. Das war der falsche Knopf. Schon unterwegs. Wenn gleich da. Komm, komm, komm. Halt kaputt. Und unten bleiben. Haft nicht. Einer weniger. Kein Problem. Verstanden. Steh und döner. Verstärkung zur Entlassungsstelle. Schieffert rück. Oh. Ja, wir brauchen Jack. Ich hab ja gesagt, da ist was faul. Ich sollte langsam mal die Fähigkeiten mit dem Wegstoßen machen. Die wird extra in gut sein. Warte, ist das Muni hier für mich? Ja. Schieffert ist frei. Wiederhole, Schieffert ist frei. Schicken Sie Leute hier runter. Ach, Jüngschin. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Es ist der einzige Weg, Jack aus der Kryo rauszuholen. Ich mach schon. Bereithalten. Das ist Jack. Das ist Jack? Wir müssen da runter. Holy shit. Moment. Genau, das will ich noch. Und weiter. Sie sind alle tot. Das nehme ich mit. An alle Wachen! Ordnung wiederherstellen! Tödliche Methoden genehmigt! Aber nicht Schett umlegen! Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Oh, Jack hat da aber die Zeugs zerstört. Mensch! Mensch! Wir wurden entdeckt! Wir wurden entdeckt! Niemals! 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 Jetzt, wo sie die Möglichkeit haben, frei zu sein! Bye-bye! Hast du das jetzt... Ja, doch nicht offen hin! Ja, doch nicht offen hin! Garus! Wie im Mass Effect 1! Junge! Jetzt kommt die Panzerung an! Ich stehe noch alleine hier! Was machen meine Kumpadres? Das müsste sie ausbremsen! Ja! Ja! Ja, ja, ist ja gut! Registrierer Schaden! Jetzt kommt's! Ah! Vorsicht! Munition! Munition! Ich brauche! Ja, super! Violett! Das ist violett genug! Ich brauche Infos von dem Ort! Hat's hier Infos drinnen? Viel Grün! Ups! Ich wollte eigentlich den... Kriege ich jetzt ne Info? Nein, ich kann eigentlich... 4.500 Credits! Auch gut! Soll mir recht sein! Nein! Nicht getroffen! Zeit zu sterben! Oh! 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 Sehe ich anders funktioniert! Oh! 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 Ich weiss! Ich bin aber zurück! Oh! 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 Das Munitionsproblem. Wie immer. Fülle beschädigt. Sektoren 12, 14 und 30. Klasse überniedert. Wo hat's noch einen? Wo ist er? Wo ist er? Come on. Halt's Mauler hinten. Nein. Ein Mech. Na super. Na ganz geil. Na ganz geil. Oh. Na ganz geil. Komm, 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 komm. Deco uns. Mensch. Komm, ich muss mit dem. Das war ganz gut zurück, das war ganz gut zurück Oh man... Tut es das nicht immer? Still... Oh man... Oh man... Du stirbst jetzt und ich schau dir zu. Ich sag's doch, die beste Sache. Das wird sie ihre Systeme stören. Halleluja. Oh man... Ist er tot eigentlich? Der Schrei sagt alles. Jetzt halt mal die Luft an, Mann. Okay, das hört nicht mehr auf. Warum auch immer. Wann safe. Die Zeit haben wir noch. Ganz kurz aufmachen, wenn wir schon hier sind. Warte mal. So, 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 und so. Wie gesagt, ich will alles mitnehmen, was geht. Alles mitnehmen, was geht. Alles mitnehmen, was geht. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfallen. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Blödsinn. Blödsinn. Wir wurden entdeckt. Achtung! Aua. 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 Nein, auch nicht gut. Ich bin mit der Impie nicht zufrieden. Die Impie ist Müll. Das hat gesessen! Aua. Die Fähigkeiten, die sind auch nicht so der Hit. Vielleicht verbessert sich das ja noch, wenn ich Level steige. Aber momentan bin ich nicht glücklich damit. Auf alle Fälle nicht so, wie ich sein sollte. Aua. 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 Blue Suns Commander. Ich wusste es. Das sind die Blue Suns. W learnst. Warum genau fliegt ihr so? Ich muss noch ganz kurz den unteren kaputt machen. Oh, das ist ein Schreist-Kommander. Oh, das ist Maud. Ich sag's nochmal, ich bin mit der Klasse nicht zufrieden. Die Fähigkeiten, die hätte ich auch von meinen Mitstreitern bekommen können, aber die Zielgenauigkeit von mir können die Mitstreiter nicht ersetzen. Ich komme mir wie ein Kleinkind vor mit dieser MP. Ich bin mit der Entdeckung, Entdeckung! Entdeckung, so was? Bestätigen! Verstanden! Sterbens! Himmels Willen, die Waffe! Ich meine, die geht ja noch, die Pistole. Aber die MP! Stimmt! Wieder der Falsche? Obwohl, der steht so oder so. Ah, ich bin komplett blank. Na cool. Jetzt müssen meine zwei Mitstreiter liegen. Es gibt nichts besseres. Ich bin eine Fluss, die ich nicht mehr. Ich bin schädelter. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Stimmt. Ja, endlich. Oh, Mann. Warum habe ich den Gefrierstrahler in der Hand? Was zum Teufel wollen Sie? Habe ich jetzt wirklich den mit dem Gefrierstrahler erschossen, weil ich den Gefrierstrahler als letztes in der Hand hatte? Mit einem Schuss. Ähm, okay. Gut, wir lassen es mal so im Raum stehen. Sie retten. Sie sind in einer üblen Lage und ich werde Sie hier rausbringen. Scheiße, Sie klingen wie ein Waschlappen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich arbeite nicht für Sie. Nein, ich bin nicht Ihr Feind. Ich bin hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Was sind Ihre Optionen? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Wir könnten Sie bewusstlos schlagen und einfach mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig. Nein. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Was wollen Sie? Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Also gut. Ja, warum nicht? Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Shepard, dazu sind Sie nicht autorisiert. Oh, das ärgert den Cheerleader. Wird ja immer besser. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Gut. Gruppenpunkte erhalten. Zwei. Sehr schön. Schrotflinter. Schaden. Ja. So viele Waffen und ich kann nur zwei benutzen. Ah. Warum? Warum? So viele Waffenmöglichkeiten und ich kann nur zwei benutzen. Ah. Schade. Tja. Im nächsten Mass Effect werde ich auf alle Fälle nicht den Biotiker nehmen. Da werden wir was anderes aussuchen. Etwas, wo ich ein bisschen mehr Waffen mitnehmen kann, als nur diese komischen kleinen Dinger. Naja, vielleicht wird es besser, wenn ich eine andere MP finde. Ist dringend nötig. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepherds Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Sie warten auf Ihre Dateien. Richten Sie sich erstmal ein. Ich gebe Ihnen in Kürze Zugriff. In Ordnung, aber Sie sollten sich beeilen. Wissen Sie, welchen Schaden ich auf einer Fregatte anrichten kann? Muss ich Sie in die Gefängniszellen sperren, nur um sicher zu sein? Schön, aber nein. Danke, Schätzchen. Ich suche mir selber was. Irgendwo weiter unten. Durchgangsverkehr liegt mir nicht. Lassen Sie mich nicht warten, Shepard. Was für ein netter Mensch. Super. Gut, also wir haben moralisch eine Grußentwicklung gemacht, gerade in unserem Team. Und ich mache an der Stelle kurz eine Pause. Dann werde ich mal wieder mit allen quatschen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ich freue mich drauf.